Der italienische Feinsteinzeughersteller Porcelain Gress hat Ende Juli rund 350 internationale Kunden und Architekten zu einer Werksbesichtigung und Neuheitenschau in Vetschau eingeladen. Unter der Überschrift Every Wall is a Challenge hatte sich das Unternehmen eine Menge einfallen lassen, um den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Zahlreiche Informationspunkte mit Live-Vorführungen demonstrierten die Vorzüge und die einfache Verarbeitung der neuen 6mm-Produkte. Deren Druckfestigkeit wurde mittels LKW und Gabelstapler eindrucksvoll auf die Probe gestellt. Die Werksführungen wurden dem internationalen Publikum in allen erforderlichen Sprachen präsentiert. Als Vorschau auf die Neuheiten der kommenden Jersey zeigte Porcelain Gress auch die neue Kollektion Tower. Sie entstand in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Designer Hermann August Weizenegger. Elegante Möbelstücke aus dünnen Keramikplatten und ein Regalsystem, das sich nahtlos in vorgefertigte Schlitze der Wandfliesen montieren lässt, sind nur ein Beispiel für die kreative Kooperation.